Hallo meine Lieben, endlich bin ich zurück mit einem neuen Video, nachdem es schon wieder eine Pause gab. Und so mein letzter Stand bei der Umfrage, was euch gewünscht wurde, an Nummer 1 des Themas war zufrieden und glücklich mit sich selbst allein sein. Keine Angst, ich werde auch die anderen Themen nach und nach behandeln. Und auch dieses Thema, das hier wird eigentlich nur so ein kleines Intro-Video zu dem Thema, weil das so komplex ist, weil es da eben auch wieder kein so richtiges Schema F gibt, sondern jeder von euch ja einzigartig ist und jeder hat eine einzigartige Situation, jeder hat einen einzigartigen Charakter und was für Erfahrungen ihr gemacht habt, wie ihr in der Welt umhergeht, wie ihr auf andere Menschen reagiert, wie sie auf euch reagieren, was ihr für einen Job habt und so weiter und so fort, ob ihr introvertiert seid, extrovertiert etc. pp. Es spielen so viele Faktoren, finde ich, da rein, dass es schwer ist, das in ein Video zu packen und irgendwie ein Schema F draus zu machen. Deswegen werde ich euch heute so ein bisschen was von meinen Gedanken über dieses Thema erzählen und wie ich zum Beispiel damit umgehe, wie ich das Ganze sehe. Und würde mich freuen, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst mit zum Beispiel mit Problemen, mit Fragen, mit dies und das Beispielen, so dass ich versuchen kann, so ein bisschen auch auf einzelne Problemfelder vielleicht einzugehen und einfach meine Sicht der Dinge wiederzugeben und meine persönlichen Ratschläge dazu. Mehr sind meine Videos ein, der regeln mich. Und ja, fangen wir doch einfach mal an. Ich fange mal kurz damit an, was ich per se für ein Mensch bin, was das angeht. Und ich bin ein Mensch, ich war schon als Kind gerne alleine mit mir und ich kann wunderbar alleine Zeit mit mir verbringen. Ich kann alleine den Urlaub fahren, alleine wandern gehen, alleine essen gehen etc. pp. Ich würde sogar alleine tanzen und in Clubs gehen, wenn es nicht so anstrengend wäre, dass man dann als Frau einfach unfassbar viel genervt wird und ja, sich nicht irgendwie mal zu Freunden retten kann. Aber prinzipiell bin ich jemand, der super, super gern allein ist und mit der sich selber klarkommt. Ich bin aber gleichzeitig auch ein Mensch, der sehr glücklich ist in einer Beziehung. Und da ich aber sehr gerne mit mir alleine bin, führe ich eine Beziehung nicht einfach nur, um eine Beziehung zu haben, sondern wenn ich Single bin, ist das wunderbar für mich. Aber ich freue mich eben auch, wenn ich in einer Beziehung bin und ja, man einfach Sachen gemeinsam macht, man Sachen teilt. Aber auch da brauche ich viel, viel, viel Zeit für mich selber. Und vor meiner jetzigen Beziehung zum Beispiel habe ich auch unfassbar viel Zeit mit mir selber verbracht und damit Dinge aufzuarbeiten, zum Beispiel Thema Selbstliebe, die Vergangenheit, Beziehungen etc. pp. Und dieses Einsamsein, ich kann froh sein, glaube ich, dass ich das gar nicht so sehr in meinem Leben habe, sondern ich fühle mich sehr selten einsam. Und wenn ich mich einsam fühle, habe ich festgestellt, dass es dann eher mal so ist, ja, dass es so ein Gesellschaftsding dann eher ist, dass ich das Gefühl habe, oh, ich müsste eigentlich mehr Freunde haben und ich müsste eigentlich mehr mit Freunden was machen und ich müsste eigentlich mehr. Und dann habe ich so dieses Auferlegte, ich müsste eigentlich und denke dann, oh ne, jetzt brauche ich mehr Freunde und jetzt muss ich Freunde suchen und warum habe ich keine Freunde und warum klappt das nicht? Und wenn ich dann auf die Jagd nach Freunden gehe, dann merke ich sehr, sehr schnell, ah ja, deswegen habe ich nicht so viele Freunde. Weil es mir einfach super schwer fällt, Freundschaften zu pflegen. Also ich bin sehr schwer darin, was so Smalltalk angeht. Ich bin deswegen auch schwer darin, was so Kontaktheiten angeht. Ich mag es total geben, wenn man sich trifft und dann austauschen und auch über alles reden kann. Von oberflächlich bis super tiefgründig, von super happy bis super traurig oder was auch immer. Aber was für mich nicht so ganz passt oder was ich nicht hinkriege, ist dann irgendwie tausend mit tausend Leuten Kontakt halten und irgendwie so oberflächlich up to date bleiben, was vielleicht in ihrem Leben vorgeht oder mit 20, 30 Menschen teilen, was bei mir vorgeht oder so. Das schaffe ich nicht und deswegen geht das meistens auch ziemlich schnell wieder in die Brüche, wenn ich irgendwie so eine Freundschaft versuche. Aber jetzt ist halt diese Frage zum Beispiel, wann bist du denn einsam? Gibt es vielleicht einfach nur kleine Momente, in denen du einsam bist? Bist du vielleicht die meiste Zeit oder fühlst du dich die meiste Zeit einsam? Fühlst du dich dann einsam, wenn du alleine bist oder fühlst du dich auch einsam, wenn du mit einem Partner zusammen bist oder fühlst du dich auch einsam, wenn du mit Freunden Zeit verbringst? Fühlst du dich vielleicht mit Freunden gut, aber suchst unbedingt eine Partnerschaft und denkst, dass du ohne Partnerschaft nicht ausgefüllt bist oder hast du eine Partnerschaft und suchst Freunde oder hast du beides nicht und suchst beides? Da gibt es so, so viele Möglichkeiten. Aber am Anfang steht eigentlich immer man selbst. Also ich, die etwas empfinde und fühle und habe oder nicht habe. Ich bin die Person, mit der ich die ganze Zeit verbringe. Du bist die Person, mit der du die ganze Zeit verbringst. Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, von der Geburt bis zum Lebensende verbringst du mit dir jede Sekunde, ich mit mir jede Sekunde. Und umso wichtiger finde ich es, dass man versucht, mit sich eine Freundschaft zu schließen und mit sich eine freundschaftliche Ebene zu finden, eine wohlwollende Ebene, Mitgefühl, Zuwendung, sich selbst liebhaben. Und das ist etwas, was man üben und was man lernen kann. Und je mehr ich mir selbst ein Freund bin, desto schwieriger ist es, einsam zu sein. Weil ich mich ja immer dabei habe. Also wenn ich mir ein Freund bin, dann bin ich ja nie einsam mit mir alleine. Und dann ist es auch so, dass man eben auch anfangen kann, Sachen alleine zu machen und mit sich selber diese Momente teilt, diese besonderen. Oder sich selber ein schönes Essen kocht oder sich selbst zum Essen einlädt und das genießt einfach. Und diesen Moment mit sich selber genießt. Und ich glaube, dass wenn man dahin kommt, dass man mit sich selber auch zufrieden ist und die Zeit genießen kann, dass es dann einmal immer weniger wichtig wird, ob man Freundschaften, Beziehungen und so weiter hat. Dass es gleichzeitig aber auch einfacher wird, oft Freundschaften und Beziehungen zu haben, weil man andere ja nicht mehr braucht, um glücklich und zufrieden zu sein und ihnen somit auch nicht mehr so eine Last aufheizen, so eine Verantwortung und so eine Erwartung. Wenn ich mit mir selber zufrieden bin, dann kann ich viel freier eigentlich an eine Freundschaft und eine Partnerschaft rangehen. Mit viel weniger Erwartung an die andere Person. Die andere Person muss mich nicht glücklich machen und zufriedenstellen und sie muss nicht all meine Erwartungen erfüllen, je mehr ich mit mir selber im Einklang bin. Und deswegen glaube ich, dass das eigentlich so ein guter Ansatzpunkt ist für so ziemlich jeden, egal wann man einsam ist, egal welchen Momenten. Und es geht mir nicht darum, dass du an den Punkt kommst, wo du sagst, ich brauche keine Freundschaft, ich brauche keine Beziehung, ich brauche nur mich. Vielleicht kommst du an den Punkt. Aber es ist nicht der, an den ich dich hinbringen möchte. Sondern es geht einfach nur darum, dass wenn du vielleicht keine Beziehung oder keine Freunde hast oder gerade keine Beziehung oder wenig Freunde oder die Freunde heute einfach keine Zeit haben. Dass es dann nicht schlimm ist für dich, sondern dass es okay ist. Und dass du vielleicht auch ein bisschen entspannter auf Beziehungen oder das Thema Beziehungen und Freunde zugehen kannst, weil diese Personen nicht deine Bedürfnisse erfüllen müssen. Und dann ist vielleicht die Frage, okay, ja, Theorie, aber wie soll denn das funktionieren? Und da finde ich, ist es wie bei allem anderen Übung, eine Übungssache. Je öfter ich Sachen für mich selbst tue, je öfter ich Sachen auch mal alleine mache, je öfter ich mir selbst wohlwollend entgegengehe und liebevoll, desto mehr trainiere ich das, desto mehr übe ich das, desto natürlicher und einfacher und selbstverständlicher wird das. Und da kann ich halt anfangen mit Dingen, zum Beispiel, wenn ich vielleicht gar nicht so erstmal meine Bedürfnisse selbst spüre oder mich selbst spüre, dann kann ich mir überlegen, was erwarte ich denn von einer Beziehung und was erwarte ich von einer Freundschaft? Was erwarte ich von Menschen, die für mich da sein sollen? Ist es zum Beispiel, dass ich mit diesen Menschen Momente teile? Ist es, dass ich diesen Menschen vielleicht mein Leid klagen kann? Dass ich mir erhoffe, dass sie mich stützen, dass sie mir weiterhelfen, dass sie mich ablenken? Wünsche ich mir irgendwie Zuneigung? Wünsche ich mir Anerkennung? Wünsche ich mir, dass jemand stolz auf mich ist? Wünsche ich mir, dass mich jemand tröstet? Etc. pp. Ja, vielleicht kannst du einfach mal das Video auf Pause drücken und wirklich mal aufschreiben, was du entweder von einer Beziehung zu anderen Menschen erwartest oder wenn erwarten das falsche Wort ist, was gibt dir die Beziehung zu anderen Menschen oder was denkst du, was sie dir gibt? Warum suchst du die Verbindung zu anderen Menschen? Drück einfach mal auf Pause, schreib das auf und dann geht es gleich weiter. Und wenn du jetzt deine Liste hast, egal ob da eine Sache draufsteht, egal ob da 20 Sachen draufstehen, wenn du die nächste Zeit immer mal dran denkst und dir was einfällt, so ach, guck mal hier, das erwarte ich oder hoffe ich noch mehr von einer Freundschaft oder einer Beziehung, dann schreib das gerne auch mit auf. Und bei diesen Sachen kannst du dann anfangen, sie dir nach und nach selber zu geben. Das ist bei körperlichen Dingen schwierig, wenn da irgendwas steht wegen Küssen, Umarmungen, Sex etc. pp. Aber um diese Dinge wollen wir uns jetzt nicht kümmern, sondern wir wollen uns um die seelischen oder die zwischenmenschlichen Dinge kümmern, die nichts mit Körperlichkeiten zu tun haben. Und da kann ich mir all die Dinge, die ich mir von anderen erhoffe, tatsächlich auch selbst geben. Auch mich zu trösten, auf mich stolz zu sein, mir Anerkennung oder Zuneigung zu schenken, mir zuzuhören, einfach nur mich aufzufangen, mich zu bestärken, das kann ich Stück für Stück auch mit mir selber ausmachen. Zum Beispiel über Selbstgespräche. Ich bin ein Mensch, ich führe unfassbar viele Selbstgespräche. Ich weiß, es geht nicht jedem Menschen so, aber ich gehöre zu den Menschen, die unglaublich viele Selbstgespräche führen. Teilweise vor sich hin brabbeln und teilweise aber auch oder oft einfach auch im Kopf. Und wo ich wirklich Dialoge auch mit mir führe und über Dinge nachdenke, okay, wie siehst du das? Ja, eigentlich, ne? Manchmal wie so eine gespalten Persönlichkeit ist es aber nicht, sondern ich rede einfach mit mir und versuche, ein Gespräch mit mir zu führen, um herauszufinden, will ich das, mag ich das, welche Entscheidung treffe ich. Ist für mich ganz normal. Und das wäre auch eine Möglichkeit, wie du vielleicht versuchen könntest, mit dir in einen Austausch zu gehen. Zum Beispiel kannst du das einfach so üben, indem du einfach mal mit dir selber redest, entweder laut oder im Geiste. Wenn dir das noch schwerfällt, dann könntest du das auch versuchen, in einer Meditation zum Beispiel zu machen, dass du erstmal in einen gewissen Entspannungszustand kommst und dir dann vielleicht vorher schon auch Fragen notierst und dir gezielte Fragen stellst und einfach mal hineinfühlst, was da als Resonanz zurückkommt. Es gibt die Möglichkeit, das auch in Hypnosen zu machen. Es gibt die Möglichkeit, das mit einem Raumanker zu versehen. Das heißt, du setzt dich auf einen Stuhl, setzt dir einen anderen Stuhl gegenüber und stellst dir vor, dass du dir selbst gegenüber sitzt. Ihr könnt auch mal gucken, es gibt schon so eine Stuhlgesprächübung bei mir auf dem Kanal und erzählst dir dann vielleicht mal über dich selber oder vielleicht möchtest du einfach mal das, was du vielleicht einer Freundin oder deinem Partner erzählen würdest, einfach mal rauslassen. Vielleicht von deinem Tag erzählen, vielleicht von irgendwelchen Problemen, vielleicht von Dingen, die dir Angst machen, die dich aufregen, vielleicht schöne Dinge, die du erlebt hast. Also alles das, was du einer anderen Person erzählen würdest, einfach mal dir selbst erzählen. Stell dir vor, du sitzt dir selbst gegenüber und dann wechsel doch mal den Platz und antworte darauf. Zum Beispiel, indem du dir selbst Trost zusprichst oder Mitgefühl, liebe Worte, einen Ratschlag, indem du sagst, boah, toll gemacht, ich bin stolz auf dich. All solche Sachen. All die Sachen, die du mit jemand anders führen würdest. Und das kann am Anfang lächerlich wirken oder dass man sich da vielleicht ein bisschen doof bei fühlt, aber ich muss sagen, aus meiner Selbsterfahrung, ich mache das sehr oft. Und natürlich freut mich auch Bestätigung von anderen. Natürlich freut mich es, wenn ich getröstet werde oder ich Anerkennung bekomme oder whatever. Aber ich kann mir das richtig gut auch selber geben, indem ich mir dann auch sage, bei mir zu sagen, boah, Fabian, hast du echt gut gemacht, kann stolz auf dich sein. Zum Beispiel auch bei Bildern. Ich habe jetzt neulich diesen V gemalt und da habe ich schon wieder eine länge Malpause gehabt und dachte so, naja, jetzt setze dich einfach mal hin. Das musst du nicht in Social Media teilen. Das muss niemand sehen. Jetzt einfach mal so ein bisschen was ausprobieren, für dich machen. Und am Ende ist es mein absolutes Lieblingsbild geworden. Und ich war so happy darüber und habe dann mir selber gesagt, boah, wie cool, dass du das gemacht hast und wie schön es geworden ist. Mein absolutes Lieblingsbild. Hammergut. Super. Ja, ich habe mich total mit mir selber gefreut. Und ich habe es dann trotzdem auf Social Media geteilt, weil ich es so schön fand. und aber auch wenn dann liebes Feedback kam, habe ich ihr dann auch gesagt, so ja, mir gefällt es auch total gut, um mich selber eben auch zu loben und mir Anerkennung zu geben, weil es etwas ist, was ich auch lange, 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 lange nicht konnte und wo ich dann auch angewiesen war auf die Anerkennung von anderen. Aber es ist total schön, wenn man sie sich eben selber geben kann. Und ich rede auch mit mir, wenn es mir schlecht geht, ja, und klage mir mein Leid oder frage mich so, was kann ich denn jetzt tun und, und, und. Ja, und hilf mir doch mal und all diese Sachen. Oder wenn ich draußen in der Natur bin, dass ich dann, wenn ich so schöne Eindrücke habe, ja, ich teile einen, manche Eindrücke teile ich ja auch auf Instagram oder auf YouTube, aber natürlich nicht alles. Ich filme ja nicht meinen ganzen Spaziergang und nicht jedes kleinste Detail. Und zu Hause zeige ich meinem Freund auch Sachen oder erzähle ihm Sachen, die ich gesehen habe. Aber die meisten Eindrücke sammle ich alleine. Und in Fotos kann ich die Sachen gar nicht so einfangen, wie ich sie gerade sehe. Und ich kann vieles überhaupt null einfangen, so wie ich es sehe. Und deswegen teile ich das in diesem Moment mit mir und stehe auch da und denke mir, oh, guck mal, wie schön ist das denn. Oh, der Hammer. Und rede auch mit mir, so wie ich das jemand anderem erzählen würde. Ich bin sehr begeisterungsfähig gerade in der Natur. Und das erzähle ich mir dann auch in diesem Moment und erfreue mich mit mir selber an diesem Moment. Oder teile es mit einem Baum, der da gerade steht und sage, wow, diesen Ausblick hast du immer, wie schön. Und ja, das sind Sachen, die haben sich entwickelt. Das habe ich noch nicht immer so gemacht. Also ich war als Kind schon Einzelgänger, auf jeden Fall. Da habe ich, glaube ich, schon die Veranlagung, dass es mir leicht fällt, allein zu sein. Aber ich habe eben lange, lange, lange auch versucht, irgendwie Bestätigung zu haben oder das mit jemandem zu teilen. Und das ist wirklich einfacher geworden. Es wird viel, viel einfacher mit der Zeit. Und vielleicht ist das so ein kleiner Ansatzpunkt, an dem du anfangen kannst. Ich weiß, dass auch viele meiner Zuschauer Probleme mit sich selbst haben, im Sinne von, dass sie sich selbst gar nicht mögen oder nicht akzeptieren, dass sie Depressionen haben, Angst haben, etc. Und ja, das macht es nicht leichter. Aber es geht auch nicht darum, es leicht zu haben. Es geht nur darum, dass es möglich ist. Es ist egal, wie schwer oder leicht etwas ist. Auch wenn man mit der Angst umgeht, mit der Depression, es ist egal, wie schwer oder leicht es ist. Es ist nur wichtig, dass es überhaupt möglich ist. Der Rest ist unwichtig. Also nicht unwichtig, natürlich auf deinem Weg, aber das ist das Wichtigste, dass es möglich ist. Und auch das hier ist möglich. Es ist möglich, sich mit sich selber anzufreunden. Es ist möglich, sich selber Trost, Anerkennung, etc. pp. zu spenden. Und wenn ihr wollt, teilt gerne mal, was auf eurer Liste steht, was ihr euch vielleicht aus der Beziehung mit anderen Menschen erhofft. Dann kann ich da auch mit anderen Videos nochmal drauf eingehen. Erzählt vielleicht auch mal, was euch da vielleicht besonders schwerfällt, was von euch vielleicht eine besonders große Hürde ist, wenn ihr das wollt. Wenn ihr das nicht in YouTube machen wollt, wo es jeder lesen kann, dann schickt mir gerne auch auf Instagram eine Nachricht. Da lese ich es am ehesten. Oder schickt mir auch gerne E-Mail. Und dann binde ich diese Sachen auch, wenn es mir möglich ist, in Videos ein. Anonymisiert natürlich. Also ich werde jetzt nicht sagen, wer mir das geschrieben hat. Aber so kann ich versuchen, auch so ein bisschen mehr auf eure Einzelsettings, Einzelgeschichten, Einzelschicksale einzugehen und da vielleicht ein bisschen was zu zu erzählen. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen so ein bisschen das aus meiner Sichtweise zu sehen. Vielleicht fallen mir auch Übungen ein, die ganz speziell dafür helfen könnten. Vielleicht möchtet ihr aber auch Beispiele haben. Zum Beispiel, ja okay, alleine weggehen. Aber was könnte ich denn alleine zum Beispiel machen? Und wie könnte ich das denn gestalten? Und erzählt mir darüber. Helft mir, dass ich euch helfen kann. Weil manche Sachen kann ich aus meiner eigenen Perspektive sehen. Bei manchen kann ich das auch von Klienten, die ich schon hatte, aus der Perspektive sehen. Aber manchmal sind das auch Sachen, die man selbst so gar nicht wahrnimmt. Wo ihr vielleicht sagt, so ja, ich würde jetzt gerne die Woche was unternehmen. Was kann ich denn da tun? Was könnte ich denn da zum Beispiel? Ich mag das und das und das. Vielleicht wollt ihr da auch einfach Tipps haben. Vielleicht interessiert euch das aber auch gar nicht. Ja. Geht da so ein bisschen in den Austausch mit mir, dass ich diese Videos auf euch zuschneiden kann und versuchen kann, euch da vielleicht so ein bisschen eine Hilfestellung zu geben oder noch mehr Beispiele zu nennen. Oder vielleicht möchtet ihr auch Beispiele nennen von Dingen, die funktioniert haben oder von Dingen, wo ihr sagt, oh, da bin ich bisher dran gescheitert. Das fällt mir total schwer. Lasst uns da einfach so ein bisschen, ja, diese schöne Community dazu nutzen, da gemeinsam was draus zu machen. Aber vielleicht habt ihr auch Lust, jetzt eure Liste zu nehmen und einfach mal zu schauen, hineinzufühlen, wo könnte ich anfangen, was könnte ich mir selber geben. Könnte ich eben dieses Selbstgespräch mit mir führen, vielleicht auch so ein Spurgespräch oder finde ich es vielleicht toll, mit Freunden oder einem Partner zusammen zu kochen. Dann übe doch mal, für dich alleine zu kochen, schön einzukaufen, dir ein tolles Rezept zu überlegen, dir die Zeit zu nehmen, das alles in Ruhe vorzubereiten, vielleicht mit schöner Musik dazu oder so was, oder einem Glas Wein oder was auch immer. Dann dir wirklich die Mühe zu machen, dir die Zeit zu nehmen, das zu kochen und dann auch, wenn du es isst, dann vielleicht nicht unbedingt dabei, YouTube oder TikTok oder Fernsehen, anzusehen, sondern dir vielleicht auch schöne Musik einfach anzumachen oder auch Stille, einfach mal diesen Moment mit dir zu genießen, dir selbst dankbar zu sein, dir selbst zu danken, hey, danke, dass ich das für mich gemacht habe oder danke, dass du das für mich gemacht hast, wie auch immer ihr miteinander redet. Das wertzuschätzen, diesen Moment oder vielleicht sich ein paar Kerzen dabei anzumachen. Wenn du dabei einen Film sehen willst, Fernsehen sehen willst, vielleicht was ganz Besonderes, einen schönen Film, den du schon lange gucken wolltest, also wirklich das so ein bisschen zu zelebrieren. Es muss nicht immer so ein riesiges Tamtam sein, aber es hilft, um eben mal wirklich sich selber diese Wertschätzung zu geben und sich selber diesen Moment zu geben, ja, und dann eben nicht nur einmal für sich selbst zu kochen, sondern vielleicht dann auch die Mühe zu machen, sich selber ein schönes Frühstück vorzubereiten, vielleicht Overnight Oats, die man ein bisschen schön dekoriert oder was auch immer, sich selbst einen Kuchen zu backen, Muffins, etc. Es gibt so viele Möglichkeiten. Mit sich selber spazieren zu gehen, weil man vielleicht eigentlich öfter rausgehen möchte, ins Kino zu gehen, ja, einfach auch mal sich zu überlegen, wofür man sich selbst stolz sein könnte, worauf man dankbar sein kann, sich abends vielleicht einen Moment zu nehmen, wo man sich selber von seinem Tag erzählt und den Revue passieren lässt und so, ja, dann auch mal sich selbst kommentiert, so, ah, das ist nicht so gut gelaufen, aber das kann ich ja nächstes Mal besser machen oder hey, guck mal, total cool, wie ich da reagiert habe oder dass ich mir das gegönnt habe. Also wirklich, ja, eben diese Partnerschaft und diese Freundschaft mit sich selber Stück für Stück zu beginnen und regelmäßig auch zu pflegen. Und das soll es jetzt erstmal mit diesem Video sein. Es ist schon wieder viel zu lange geworden. Ich freue mich ganz doll auf eure Kommentare, auf euer Feedback. Vielleicht fändet ihr es auch total doof, die Idee, aber ich glaube, es gibt einige Zuschriften, die ich bekommen werde, wo ich mich riesig drauf freue und wo wir dann einfach gemeinsam über ein paar Themen sprechen können, ja, wo es bei euch einfach euch bewegt oder hakt oder euch interessiert. Ich freue mich sehr darauf. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag, Abend oder Nacht und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und hoffentlich diesmal mit nicht so einer langen Pause. Bis zum nächsten Mal.